Solch einen Schnappschuss hat es noch nie gegeben. Nicht nur Jenny Elvers ist mit Ex-Freund Alex Jolich und dem gemeinsamen Sohn Paul zu sehen, auch Alex' Ehefrau Britt und deren Adoptivtochter Tatjana haben sich auf das Foto gemogelt. Das kommt aber nicht von ungefähr, denn Alex Jolich feiert seinen 57. Geburtstag und seine Liebsten feiern mit ihm. Diese unkonventionelle Familienkonstellation gibt es zwar schon länger, aber alle Beteiligten auf einem Bild zu sehen, ist ungewohnt. Denn Fotos mit Tochter Tata, wie die 14-Jährige liebevoll von ihrer Familie genannt wird, sind selten. Zum Geburtstag des ehemaligen Big Brother Teilnehmers der ersten Staffel ist es dafür umso schöner, das erste Mal nicht nur den leiblichen Sohn, sondern auch seine Stieftochter auf einem gemeinsamen Bild zu sehen. Tatjana ist allerdings keine Unbekannte. Im Januar 2019 nimmt Familie Jolich am Experiment Plötzlich Arm, Plötzlich Reich teil, in der sie die Lebensumstände mit einer Familie, deren Wochenbudget deutlich kleiner ist, für bestimmte Zeit tauschen müssen. Zu seinen engsten Vertrauten zählt der Unternehmer, aber auch Ex-Freundin Jenny Elvers, und das, obwohl die Beziehung nicht lange gehalten hat. Umso schöner zu sehen, dass sich die Familie so gut versteht.